so ein wunderschönen guten morgen wir sind jetzt auf dem weg zur egx nehmen wir die mit einem miau wir müssen uns hier irgendwie navigieren weil wir irgendwie nicht wissen wie wir hier ja hier ist unser parkhaus aber es gibt keinerlei schilder oder so was wir sind auf jeden fall gespannt wo wir denn hier jetzt lang müssen was haben wir denn da wie zu unserem navigator hier haben wir die deutsche post hier wo sollen wir lang hier lang gucken wir mal hallo wie gesagt wir sind jetzt auf dem weg zur messe genau und wenn wir schauen dass wir möglichst günstig dahin kommen wir melden uns definitiv kann man sagen dass es hier voll ist komm wir warten zusammen das ist doch fair oder aber trotzdem melden wir uns wenn wir unsere bändchen haben würde ich sagen das ist das wichtigste wir haben unsere bändchen auf jeden fall einladend hier also mit der gamescore kann man das nicht messen na klar wir haben sie ready for und wir haben schon ein plan bekommen und ein gratis spiel das klappe ich jetzt noch mal nicht auf auf den weg in die heiligen hallen willkommen in der station berlin sobald wir jetzt hier am security durch sind melden wir uns bei euch also bis gleich wir sind drin und wir wollen uns mal ganz schnell anstellen sonst wir haben jetzt noch 13 minuten weiß ich schon ich probiere mich auf jeden fall was gibt es denn für ein spiel ich meine den key braucht er nicht eingeben den geben wir schon zu hause obwohl wer zuerst kommt mal zu groß auch zu denken gratis key das tut mich aber traurig so was haben wir da ich bin auf jeden fall gespannt was da alles drin ist wie ihr seht es auf jeden fall wir sind froh dass wir überhaupt sowas hier in berlin haben na gut ich würde mal sagen wir melden uns auf jeden fall wenn wir drinnen sind wir wollen noch ein bisschen den akku schoben wir wollen noch ein bisschen wieder material für euch von drinnen haben und nicht nur von hier draußen ne zumal das Wetter ist auch nicht das schönste nein das ist auch nicht das schönste genau also bis später raspy raspy mit bullseller flügel ja ich mache die flügel bis mit einem engel unterwegs ich drehen wir schnell weg wir wollen rein wir wollen rein wir wollen rein ich komme genau das mal lass es mal aufruf machen wir wollen rein das macht mich Colin und macht eine kleine plüch macht ruhig also du bist mit sehr schön ja wir haben unser zweites gemeinsames forum spass die mietze sind ja auch am iphone Oh, das ist Gott. Privatsphäre. Haben wir uns eigentlich schon vorgestellt? Nö, wa? Nö. Ich bin beim Kenker. Ich bin bei der Witze Katze. Und das ist Retrobasti. Der coolste, ne? Der coolste bin ja wohl noch ich. Ihr? Hört nicht auf den alten Zeit. Ihr bin ja der coolste bin ich. Sicher. Das diskutieren wir noch aus. Das ist gut drauf. Ja. Ach, nein. Jetzt war's vielleicht. Ja, es wird Zeit. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Genau, immer schön die Schneelsenkel zu wenden. Oha, oha. Oha. Alter, Alter, wo wollen wir lang? Wir gehen nicht nach dem Essen-Gesko hoch. Ja, wir wollen jetzt die Wiederspieler nicht zum Essen. Ach so. Deswegen sind wir hier. Elas dich beschissen. Ich dachte das auf der Butterausstellung. Komm, dafür gibt's den Red Bull. Ja, mag ich's mal, ich ziehe das Öster rein. Ja, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Nein, ich weiß nicht. Alles geklaut. Boah. Ja, was macht denn Drago über, ich weiß nicht was. Ja. Ja, echt mal. Ja. So. Mietzi, geradeaus. Nicht dahin, dahin. Und wer möchte Kanada jetzt hier Mitglied werden? Ich verschenke die Karte. Ich bin seit 99, danke. Cool. Ohja. Ohja. Okay. Ha, die Luft ist so beschissen, wie ich sauberartes habe. Schau doch mal diese Nerdies hier an. Ach, ist das hier nicht Landwirtschaftsaufstellung? Was gibt's denn hier? Ja. Jetzt spielen. Superlemming. Na lol. Mach ja bitte. Mach ja bitte. Guck mal, wär das nicht was für dich? Jaaa. Hör mal bitte das anräumen, ge? Ja, natürlich. Das da. Viel zu schön für dich. Wo ist denn hier das tote Entlein? Das filmt gerade. Ähm. Boah. Fieser Konter. Fieser Konter. Fieser Konter. Fieser Konter. Fieser Konter. Das ist für mich so eine Karte-Karte. Genau, oder kostet jetzt hier so 3.000 Auflagen oder 2.000 Auflagen oder 3.000 Auflagen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier seinen Stand filmen darf. Wow! Cat's Rain! Ich hoffe, du hast genug Geld einstecken. Hier ist super natural. Oh, Schaach! Oh, schau mal da oben. Hier, der ist ein Poster-Sami. Guck mal! Oh, du hast ein Poster da oben. Oh, ja. Weißt du es? Das zweite. Das Pokémon-Poster. Das ist cool. Your Pikachu needs you. Guck mal. Das sieht genau aus wie du. Das kannst du direkt so mitnehmen. Wir haben hier viel zu viel zu gucken. Das geht gar nicht. Okay, kann man hier auch Prädite abschließen? Nein, wir sind keine Nerds. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Oh, was hab ich hier? Ich hab was entdeckt. Oh ja, ich seh schon 50 Euro. Ich geh wieder. Oh, na, was machen wir jetzt? Das war ungemäß. Gute Frage. Lachen wir mit der Masse mit, oder? Wir machen einfach unser eigenes Ding, oder? Ja, klar. Na dann, geben wir... ...dallern. Gehen wir einfach daller. Du bleibst hier. Waffen. Klar. Waffen. Klar. Vor mich hier drauf, wenn wir das Ding schneiden. Klar. School Nights. Keine Produktplatzierung. Jetzt bin ich auf die Kamera gespannt, bei dem nicht. Schauen wir mal. Aber ich habe ein bisschen mehr dabei, ein zu wenig. Leute, hört euch was auf, wenn ihr noch zur Gamescom kommt, man kann getreten. Das ist ein bisschen krass. Tschüss. Keine Anspielung auf kommende Projekte, ne? Nee, gar nicht. Superluckystale. Oh ja. So muss das, so muss das. So stelle ich mir mein Spielewohnzimmer vor. Man of Madam. Das ist ja überschaubar. Ich mache mir keine Kids am Zuhause nicht zum Zocken. Oh! Oh! Darf ich vorstellen, das neue 6K Ultra Mega Super Duper HD. Das Gernsee der Zippo. Das? Super Mario Bros. Extrem. Oh! Oh, Rot, heute. Sehr schön. Musik 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 Oh ja, ganz viel Rätsel, ich bin absolut durch. Sieht schon, krass, früher waren wir mega happy mit solcher Grafik, weißt du? Vielleicht würde man schon am Penzi sagen, boah, das ist doch bei uns genug. Ja, ja. Oh, das finde ich wirklich geil. Wolltest du nicht Final Fantasy spielen? Ja, weil mich das hieß, war eigentlich der hat sich gewichtig gedeckt. Ah, nee. Und so, schon mal so dein erster Eindruck? Ja, überschreit ich, also nicht zu verlaufen. Aber ich finde, es gibt hier genug Sitzmöglichkeiten, das finde ich sehr schön. Oh ja. Oh, nein. Es ist keiner da drüben, Moritz. Moin, darf ich filmen? Ja. Danke. Ich frage lieber. Okay, dann holt schon mal den LKW und das Checkbuch und den nächsten Kreditantrag und dann können wir uns was Schönes mit nach Hause mitmachen. Hat's dann hier fast hier vergessen? Ja, in Fernand. Oh, warum lag das fast da drauf? Das ist doch schon mal. Ey, guck mal. Mad Porn. Oh ja. Oh, was ist das? Alter Schwede. Das ist doch ein Import, ja, das ist ein Import. Alter, Schäle. Geh mit ihm aus. Ich hab da was für dich gefunden. Ich hab ja ein Ebenbild von dir gefunden. Das ist da hinten, dieses iPhone. Obwohl, ein Knapperblümchen wäre, glaube ich, für dich passender gerade in dem Moment. Hier. Ja, fett, fett. Ja. Bitte, bitte, bitte. Das ist doch ein Karpator, oder? Nein, das ist nachher noch. Was für ein Ding? Das da? Dieser Fisch? Nein, das ist Mammolida. Nee, ich rede davon. Das ist Curvy. Und das da drunter? Oh, guck mal hier, für dich hier. Dragonfest. Ja, schau mal, die Blocks. Ja, schau mal, die Blocks. Ja, ja. Die Slimes. 10 Euro. 5 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 10 Euro. 11 Euro. 10 Euro. Einen Hebel. Ich weiß nicht, dass mir ziemlich warm geworden ist. Alter Schwede. Oh, oh, hier wird es interessant. Hier wird es interessant. Das ist Tides. Das ist Tides. Boah, Tremania! Ich sehe schon, was glänzt du in deinen Augen? Ja, ja. Und an seiner Disportunie. Na gut, dass wir Gott sei Dank nicht viel Geld einstecken haben. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.